ja halli und hallo hier meine lieben freunde und damit darf ich jetzt einen kleinen spontanen info-video begrüßen ja ich habe nicht erzählt deswegen nehme ich das hier ganz spontan in meiner tollen uniform auf weil ich muss gleich zum auftritt ja und zwar geht es in dem info video darum dass es nächste woche und die nächsten zwei wochen auf jeden fall weniger videos kommen werden und zwar so wie schon mal jeweils nur ein video pro tag das heißt am montag wieder minecraft am dienstag spart challenge am mittwoch ramen revolution am donnerstag super smash crossbow together am freitag retrofreude am samstag let's go und am sonntag ein special oder mario kart 8 es ist einfach daran weil ich nächsten zwei wochen ferienarbeit hat und da so gesehen wurde ich den ganzen tag von morgens sechs bis abends acht nicht zu hause bin und dann habe ich nicht noch zeit zwei drei videos pro tag zu machen die mache ich dann dementsprechend am wochenende die nächste woche muss ich in dem video ein bisschen abends aufnehmen und dann mache ich am wochenende alles vor und nach den zwei wochen wird es wahrscheinlich wieder normal laufen sicher bin ich mir auch nicht denn nach den zwei wochen wird ein kumpel da sein auch ein zogokumpel Marcel hier ist lowland kenne bestimmt alle und ob ich da auch hinkriegt jeden tag zwei drei videos zu machen muss ich mal gucken wenn ich komplett die woche auch noch eins aber dann wird es auf jeden fall wieder normal herzentscheidigung wenn wir auf jeden fall unserem samstag auf der games kommen sehen würde mich freuen wenn ich euch da sehe dazu kommt aber noch mal ein extrav video ist der ihre gestellten auftritt dabei gut sagen was ich muss es gleich mal auf den zehn minuten geht es los und ja nur dass ihr nächste woche bescheid wisst wenn weniger kommt streams samstags eventuell montag sicher nicht weil wie gesagt ich komme zum 8 heim und dann noch ein stream da deswegen würde ich sagen nächste woche ein video pro tag und unsere nächsten zwei und dann muss ich nicht bald wieder nochmal gut dass ihr bescheid wisst dann fürs zuschauen dann ist das verständnis und dann tschüss